Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming und heute schon mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Ego Jurassic World. Und ich würde sagen, wir legen hier auch direkt los nach dem Intro. Okay Leute, ich würde sagen, wir legen hier auch los. Es könnte sein, dass mein Mikrofon jetzt ein bisschen lauter ist. Ich weiß es aber nicht, wenn es überhaupt lauter ist. Er ist schon unten. Ach, keine Ahnung. Irgendwas stimmt da nicht so ganz egal. So, wir gehen jetzt hier mal auf Wanderung. Kommt hier nicht durch. Geil. Ah, doch hier. Wie ging das doch mal? Ach, ah, muss ich hier drinnen. Hallo, ah. So, jetzt. Zack. Warum steht da so richtig random im Auto? Egal. Muss ich nicht verstehen. So. Zack. Bam. So, kommt alle, Mann. So. Bam. Bam. Äh? Ah, so kommt die, oh! Äh! Ah, so. 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 Zack, zack, zack. Ich würde mir jetzt ein bisschen die Sprache verschlagen, deswegen rede ich gerade ein bisschen wenig. So. So. Sorry dafür, ich bin ja eigentlich hier um mich zu treiben, um nicht einfach nichts zu machen. Tut mir auf jeden Fall leid. Wo soll denn jetzt der Schlüssel sein? Oh, ich freue mich gar nicht. Der ist ja jetzt wahrscheinlich drin, oder? Nee. Das ist okay. Ich dachte schon. Der kann das jetzt bauen? Nee, er sucht jetzt den Schlüssel. Warum ist der Schlüssel dort? Egal, damit ich mich verstehe. So. Geh jetzt die Story auch mal weiter? Ah, jetzt geht die Story tatsächlich weiter. Go. Du möchtest etwas Neues, wie? Ich helfe nur zu gern. Aha. Schön. Was geht denn jetzt? Wer? Und der muss vielleicht gehen? Mach mal. Wann Sie mit dem coordination? Ok, entdeckst du, gleich, Go. Wenst du her? ach das ist ja ich glaube ich weiß jetzt wo ich bin wir sind glaube ich immer noch auf suche irgendjemanden oder haben wir die ganze ich habe mir zwei die filme war doch im dino da ist nichts weiter gehen wir mal rein würde ich sagen sieht aus als würde der überbrückungsmechanismus für die blende fehlen ist da etwa ein teil davon im automaten hat jemand ein geld das kostet einen dollar und ich habe nur 60 ich habe 80 90 cent ingen hatte seltsame vorstellung davon was ein snack ausmachen und wo ist der rest auch hier muss ich jetzt irgendwas bauen sorry Lampen. So, und jetzt wird das hier aufgeschlagen. Watt. Kompis! Ähm... Ich hab einfach einen Buck gerade gefunden. Oh ne, bitte. Er schreit mir jetzt nicht. Danke. Ey. So. So. Hallo, reparier doch jetzt. Ein paar echt langlebige Batterien. Okay. Warte, wer konnte denn jetzt hier nochmal fliegen? Ach, R, ne? Hä, war das R mit dem Fliegen? Okay, dann fliegen wir mal da rüber. Au! Autsch! Alles okay? Ich glaube, in dieser Kiste ist Ausrüstung. Sie klemmt. Kann einer von Ihnen... Und so macht man Dinosaurier? Nein. So spielt man Gott. Hm. So. Ola! Ich hoffe, sie funktionieren noch. Ja. Mal sehen. Vielen Dank. Ich bin in der Klage der Kiste. Ich bin jetzt nicht so schlecht. Ich verleuke. Ich habe Dinosaurier. Und der Kiste ist. Ich gebe mir mal da. Ich bin ein Pfeil. Ich bin ein Saat. Was ist das? Schmuck. Das war's. Das war's. Was ist denn da hinten? Klasse, aber wir brauchen mehr Druck da drin. Ja, mach ich gleich. Oh, jetzt ziehen wir auch eben kurz alles einfach ab hier. So, jetzt. Zurück! Ja, machen wir. Okay, anscheinend ist das doch nie mit dem Dino gewesen hier. Wie geht's? Widerlich. Er ist nicht dabei. Er ist auch nicht hier. Er ist auch nicht hier. So. Er sollte ein paar Fotos machen. So. Kann ich hier eigentlich irgendwas machen? Oh, weg mit euch. Doch, was ist mit den Dinos? Beziehungsweise mit dem Raptoren. Oder? Ah, ja, noch nicht. So. Hallo, lass mich nochmal hier durch jetzt. Na. Bitte jetzt nicht. Ich will mich nicht erschrecken. Na. Oh nein. Jetzt. Der ist echt. Der Kollege ist echt. Ah. Das hat mich angewiesen. Gibt es denn auf dieser Insel sonst nichts zu fressen? Ah. 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 Links. Nach links. Ah. Ah. Warum verfolgen die uns immer noch? Ah. Kein Schimmer. Ah. 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 Abgeschossen! Ist er gar nicht ernsthaft, bei wem? Oh, Rand. Wer ruft um Hilfe? Kommen Sie! Ah, die Suchtstation. Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut auch immer auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke an der Medikamente, wenn ihr mehr verpassen könnt. Haut rein!